Ich komme zum 11. Vortrag und hier den ersten Teil unseres Themas, wer ist Rudolf Steiner? Und ich komme auf die Frage zurück, also sehe Video 98, 99, ob Maria, die Mutter des salomonischen Jesus, die Helferseele, also Gilgamesch Alexander gewesen wäre. Ich fand nun folgendes Zitat Rudolf Steiners, das Mysterium von Golgotha fand statt. Es fand statt in einer Zeit, als die Individualitäten, die Seelen Alexanders und Aristoteles nicht auf der Erde waren, sondern in der geistigen Welt und dort im innigen Verein waren mit dem, was man die Herrschaft des Michael nennt, dessen Herrschaft auf der Erde damals auch abgelaufen war, denn der herrschende Zeitgeist war damals Orifiel. Da der salomonische Jesus, also Rudolf Steiner, Zaratustra, Aristoteles, Thomas von Aquin, diese Inkarnationsreihe, kurz vor der Taufe am Jordan eben dabei war, diesen Leib des Jesus von Nazareth zu verlassen und in die geistige Welt überzugehen, Siehe Video 99, war nun, wie oben beschrieben, der Bodhisattva Rudolf Steiner zum Zeitpunkt des Mysterium von Golgotha in der geistigen Welt. Andererseits erlebte Maria, die Mutter des salomonischen Jesus, das Mysterium von Golgotha in der physischen Welt mit, sie kann daher nicht nach meinem Dafürhalten die oben genannte Helferseele sein. Ich komme nun zu Graf Alexandro Cagliostro, den Karl Friedrich Unried in seinem Buch Rudolf Steiner und die Bodhisattva-Frage anführt. Ich sehe das nicht so. Also er führt nämlich aus, dass die letzte Inkarnation Rudolf Steiners Graf Alexandro Cagliostro gewesen wäre. Trotzdem werde ich die Ausführungen Rudolf Steiners über Cagliostro, auf die sich Unried bezieht, behandeln. Also hier Rudolf Steiner. Der sogenannte Graf Cagliostro, in dem sich eine Individualität verborgen hat, welche nur den eingeweihtesten Okkultist in ihrer wahren Eigenart bekannt ist, versuchte zunächst im London die Freimaurerei auf eine neue Stufe zu stellen. Denn sie war schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts ziemlich auf dem Standpunkt, auf den ich sie charakterisiert habe. In London gelang es dazu mal nicht, versuchte es dann in Russland und auch im Haag, also in Den Haag. Überall misslang es aus bestimmten Gründen. Dann aber gelang es ihm in Lyon aus einer Reihe dort lebender Freimaurer eine Philalithenloge zu begründen mit okkultem Inhalt, und zwar die Loge, welche genannt wurde Loge zur triumphierenden Weisheit. Es handelte sich bei Cagliostro um ein zweifaches. Erstens um den Unterricht zum Zwecke der Herstellung des sogenannten Steins der Weisen. Zweitens um die Eröffnung des Verständnisses für das mystische Fünfeck, für das mythische Pentagramm. Nun kann ich Ihnen nur andeutend sagen, was diese zwei Dinge zu bedeuten haben. Es kann viel gespottet werden darüber, aber sie sind nicht nur symbolisch zu nehmen, sondern beruhen auf Tatsachen. Der Stein der Weisen hat einen bestimmten Zweck, der von Cagliostro angegeben wurde. Er sollte das menschliche Leben auf 5.527 Jahre verlängern. Das erscheint dem Freigeist lächerlich. Tatsächlich ist es aber möglich, durch besondere Schulung das Leben ins Unermessliche zu verlängern, dadurch, dass der Mensch lernt, nicht mehr in seinem physischen Körper zu leben. Derjenige, der sich vorstellen wollte, dass den Adepten kein Tod im gewöhnlichen Sinne des Wortes treffe, der würde sich etwas Falsches darunter vorstellen. Auch wer glaubt, dass ein Adept nicht von einem Ziegelstein getroffen unterschlagen werden kann, auch der würde sich etwas Falsches vorstellen. Das würde allerdings nur dann gewöhnlich antreten, wenn der Adept es zulässt. Nicht um den physischen Tod handelt es sich, sondern um Folgendes. Der physische Tod desjenigen, der für sich selbst den Stein der Weisen erkannt und ihn herauszusetzen verstanden hat, ist für ihn nur ein scheinbares Ereignis. Für die anderen Menschen ist er ein wirkliches Ereignis, das einen großen Abschnitt in seinem Leben bedeutet. Für den, der in der Weise, wie K.G. Jostro es mit seinen Schülern gewollt hat, es versteht, den Stein der Weisen zu benutzen, ist der Tod nur ein scheinbares Ereignis. Er bildet nicht einmal einen besonderen, wichtigen Abschnitt im Leben. Er ist nämlich etwas, was nur für die anderen da ist, die etwa den Adepten beobachten können und die sagen, dass er stirbt. Er stirbt aber in Wirklichkeit gar nicht. Die Sache ist vielmehr so, dass er Betreffende gelernt hat, überhaupt nicht in seinem physischen Körper zu leben. Dass er gelernt hat, alle diejenigen Vorgänge, die im Moment des Todes im physischen Körper plötzlich vor sich gehen, nach und nach während seines Lebens vor sich gehen zu lassen. Es hat sich mit seinem Körper des Betreffenden alles schon vollzogen, was sich sonst im Tode vollzieht. Dann ist der Tod nicht mehr möglich, denn der Betreffende hat längst gelernt, ohne den physischen Körper zu leben. Er legt den physischen Körper in ähnlicher Weise ab, wie man einen Regenmantel auszieht, und zieht einen neuen Körper an, wie man einen neuen Regenmantel anzieht. Nun, einen kleinen Begriff werden Sie sich wohl daraus bilden können. Das ist der eine Unterricht, den Kagliostro überlieferte. Der Stein der Weisen, der den physischen Tod zu einer Bedeutungslosigkeit herabsinken lässt. Der zweite war die Erkenntnis des Pentagramms. Das ist die Fähigkeit, die fünf Körper des Menschen voneinander zu unterscheiden. Wenn jemand sagt, physischer Körper, Ätherkörper, Astralkörper, Grammar-Mannaskörper, Kausalkörper, so sind das bloß Worte oder, wenn es hochkommt, abstrakte Begriffe. Damit ist aber noch nichts getan. Der Mensch, der heute lebt, kennt in der Regel kaum den physischen Körper. Erst derjenige, der das Pentagramm kennt, lernt die fünf Körper kennen. Einen Körper erkennt man nicht, wenn man in ihm lebt, sondern erst dann, wenn man ihn als Objekt hat. Das ist dasjenige, was einen Durchschnittsmenschen unterscheidet von dem, der durch eine solche Schule gegangen ist, dass für ihn die fünf Körper Objekte geworden sind. Der gewöhnliche Mensch lebt ja auch in diesen fünf Körpern. Aber er lebt darin, er kann nicht heraustreten und sie anschauen. Höchstens seinen physischen Körper kann er anschauen, wenn er in seinem Leibe herunter sieht oder ihn im Spiegel sich beschaut. Die Schüler Kageostros würden, wenn sie richtig seine Methode befolgt hätten, dazu gekommen sein, wozu einzelne Rosenkreuze gekommen sind, die im Grunde genommen in einer Schule waren, die dieselbe Tendenz hatte. Sie waren in einer Schule der großen europäischen Adepten, die dahin führte, dass die fünf Körper Wirklichkeiten wurden, nicht bloß Begriffe blieben. Das nennt man das Pentagramm kennen und moralische Wiedergeburt. Ich will nicht sagen, dass die Schüler des Kageostros es nicht zu etwas gebracht haben. Sie haben es im Allgemeinen dahin gebracht, den Astralib zu begreifen. Kageostros war äußerst geschickt, ihnen eine Anschauung vom Astralib beizubringen. Lange bevor die Katastrophe über ihn hereinbrach, also er kam da ins Gefängnis vom Vatikan, hier links nach San Leo, war es ihm gelungen, außer der Schule in Lyon auch Schulen in Paris, Belgien und Petersburg und einigen anderen Orten Europas zu errichten, aus denen später wenigstens einigermaßen solche Leute hervorgegangen sind, die den Grundstock abgegeben haben für diejenigen, welche es bis zum 18., 19., 20. gerade der Hochgradfreimauer gebracht haben. So hat immerhin der Graf Kageostro, bevor er in den Kerkern von Rom, das war in den Kerkern von San Leo, sein Leben beendigen musste, einen bedeutenden Einfluss auf die okkulte Maurei in Europa genommen. Die Welt sollte über Kageostro im Grunde genommen gar nicht urteilen. Ich deutete schon an, dass es im Allgemeinen so ist, wenn die Leute über Kageostro sprechen, wie wenn der afrikanische Hottentotto, also ein afrikanischer Stamm, von der Einrichtung der Hochbahn spricht, weil es nicht einzusehen ist, in welchem Verhältnis die äußeren scheinbar unmoralischen Taten zu den Weltereignissen standen. Die Ausführungen Ruder Steiner, sie über Graf Alessandro Kageostro, auf die sich Karl Friedrich Unrith bezieht, wo es um Alchemie, den Stein des Weißen und unter anderem das Pentagramm geht, würden eher auf die Inkarnationsreihe des neben Ruder Steiner II. apokalyptischen Gotteszeugen, sie Artikel 321 zutreffen. Dieser ist Christian Rosenkreuz, der aber wiederum im 18. Jahrhundert als Graf von Saint-Germain inkarniert war und somit nicht Graf Alessandro Kageostro gewesen sein kann. Bezeichnet ist, dass die Ausführungen Ruder Steiners über Graf Alessandro Kageostro im GA 93 die Tempellegende und die Goldene Legende zu finden sind, wo auch die wichtigsten Hinweise Steiners über die Mission von Christian Rosenkreuz und das Geheimnis des heiligen Graals stehen. Die Inkarnationsreihe von Christian Rosenkreuz, unter anderem hier am Abhef Johannes der Evangelist, Christian Rosenkreuz, Graf von Saint-Germain, Karl Schapperler, dem Inaugurator der Graistrechnik, werde ich noch in einer weiteren Vortragsreihe behandeln. Wer war nun Ruder Steiner in seiner vorhergehenden Inkarnation im 17. und 18. Jahrhundert? Ich bin im Zusammenhang mit einem völlig anderen Thema auf eine Persönlichkeit gestoßen, die in ihrem Bereich im 17. und 18. Jahrhundert so Außergewöhnliches geleistet hat, dass sie als der größte Komponist aller Zeiten und aller Länder bezeichnet wird. Johann Sebastian Bach Für mich ist Johann Sebastian Bach nur mit dem Bodhisattva-Hintergrund verständlich geworden. Ich werde also nachfolgend auf Johann Sebastian Bach eingehen, verbunden mit der Frage, war dieser einzigartige Komponist Ruder Steiner in der vorhergehenden Inkarnation? ... ... ... ...